Moin Sportfreunde und herzlich Willkommen zur dritten Staffel Fit mit Moin Moin. Heute Folge 1 mit dem Prisoner Squad. Dafür zeigen wir euch heute sogar 3 Varianten. Und die seht ihr sogar live an der Hafenspitze sehen. Beim großen Workout heute. Also dranbleiben! So, Maggie wird uns einmal den Prisoner Squad vorführen. Dafür, Maggie, gehst du einmal auf die Matte, knies dich davor. Hände wie ein Gefangener, deswegen auch Prisoner Squad, an die Schläfe. Und nun stehst du aus dieser Position auf, aber bleibst dabei in der Kniebeuge. Dabei wird die, sehr schön, dabei wird der Bauchmuskel, die Rumpfmuskulatur schön fest angespannt. Und aus dieser Position geht es zurück in den Kniestand. Und den Rumpf so gut anspannen wie es geht. Machen wir mal 2-3 Stück. Das ist der Prisoner Squad. Sehr gut! Ja! Noch 20! 6! 5! 4! 3! 2! 3! Nun gehen wir in die schwierigere Variante. Wir gehen in den Prisoner Squad mit einem Squad Jump geremixed. Das heißt, Maggie geht wieder in die Prisoner Squad Position. Geht wieder in die Kniebeuge Position. Macht nun einen explosiven Sprung nach oben. Geht wieder runter in die Prisoner Squad Position. Und macht wieder 2-3 Stück. Und... hoch! Für die, die es ganz heftig wollen, nochmal eine extra special Variante ausnahmsweise. Einen Prisoner Squad. Mit einem Squad Jump und Tuck Jump. Das heißt, nach oben springen und Knie so hoch ihr könnt. Und... Genau! Wieder runter. Und wieder hoch. So, heute extra Special Video gehabt. Mit einer Haftspitze. Ich hoffe es hat euch gefallen. Übt mal den Prisoner Squad. Und macht davon jeden zweiten Tag 100 Stück. Pause zwischendurch ist erlaubt. Also insgesamt 400 in dieser Woche. Aha! Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.